Das sind zumindest alles die selben Samen, also die ist nicht besser geworden. Ah ne, ich sag's, das geht ja auch so nicht. Drei, drei, drei. So, was mir gerade auffällt, oder was mir einfällt, was ich noch machen könnte. Wir nehmen die, einen hiervon, einen davon. Und die können auch hier im Hintergrund ein bisschen wachsen, oder? So. Seht das falsch. So. Da sehe ich ganz viel lebende Steine und lebendes Holz. Na, nicht viel. So. Und das Holz. Nehmen wir uns gleich wieder ein neues davon. Wood. Stone. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Okay. Bucket. Und so, was waren das? Daybloom. Genau. Zwei Stück brauchen wir davon. Oh. Da waren wir zu wenig Gelbe für. Ich bin ein Held, aber egal. Blau, Orange und zwei Gelbe. Ah, ja. Ich bin sowieso ein Held, weil das sind noch die roten. Hö, 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 hö. So. Okay, nochmal. Wir müssen ja erst noch. Ne, doch. Den, den kreuzen. Sagt das doch. Das musst du nicht einfach machen. Nehmen wir uns wieder die hier. Boah, keine Ordnung im Winter. Ähm. Den brauchen wir auch. Zack, zack. Dahin. Und den dahin. Dann mach ich mal so, dass eventuell alle wachsen. Dann kann man hinten noch ein bisschen abernten. So. Wobei die hier vorne irgendwie haxen wollen. Doch jetzt. Da muss ich immer erst beschweren, dann klappt das. Da ist er auch. Die nicht abhernten, sonst muss ich wieder lebig warten. Okay. Dann gib mir mal einen Orangen hin. Eine roten Orange. Orange, danke schön. Oh. Oh, hab ich dich abgerissen. Dummheit, sorry. Ähm. Wieder hin. Oh, dich wollte ich abreißen. Und dich auch. So. Oh, kein Schlange die zu identifizieren, ne? Oh, dich hatte ich. Und da ist nichts passiert. Okay. Da haben wir ein bisschen Ordnung schaffen. Ich hab heute echt keine Übersicht. Oh. 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 Los, Orange, wachse. Oh. Und verbreite dich. Okay, da passt es. Und da auch. So, von euch brauchen wir auch zwei Stück. Mal gleich ein paar mehr. Na, ihr wachst vielleicht nicht, aber ihr nicht, ne? Okay, eins. Noch ein. So. Dann geben wir mal Potzor. Dann bauen wir hier gleich mal an. Zack, rein. Zeig mal, was du kannst. Nix. Ist auch egal. Wie gesagt, die züchte ich irgendwann später mal hoch. Okay. Das ist schon wieder alles fertig. Aber jetzt brauchen wir es gerade nicht. Einen Orangenen. Oh. Zwei Gelbe. Ein Roter. Und die auch da drin? Nö. Und einen Normalen zieht haben wir nicht mehr. Okay. Nicht getroffen. Ach, der ein Orangenen ist hintergeflogen. Jetzt ist er drin. Hey. Gebt mir alle wieder her. Faut was, ist schief gelaufen. Hm. War echt zu blöd. Warte mal. Daybloom heißt das Ding. Daybloom. Gelb, gelb, orange, hellblau. Ah. Ja, ich war dumm. Ich habe einen Roten reingeworfen. Höhöhöhöh. Sorry. Kann ich jetzt einfach einen hellblauen hinterher schmeißen? Ja, aber es tut sich nichts mehr. Okay, wie kriege ich meine Sachen wieder raus? Das stand irgendwo. Na toll. Ähm. 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 Botania. Sorry, ich habe auf einmal zwei davon. Naja. Ähm. Oh, was passiert hier? Wann ich sehe die Dinger da drin auch nicht, ne? Hm, hm, hm. Chase in the Wood, bla, bla. Ah, Shift-3-Klick, okay. Macht er nicht. Kann da noch reingrippen, bla bla. Blablabla. Blablabla. Hm. Warum macht er das nicht? Ah, jetzt schwimmt er drin. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Da ist der Orangener, da ist der und da ist der. Jetzt geht's, netter. Oh, kein Wasser. Aber offenbar war doch ein Bier bekommen, weil ich hatte, glaube ich, nur zwei Orangen, ne? Und daher, da hatte ich drei, keine Ahnung. So, Wasser rein. Ja, halt stehen. Ähm. Ein, zwei, ein, zwei und den. Bams. Und wir kriegen noch zwei neue Zungen. Eieieiei. Ähm. Jetzt können wir die hier bauen, den Mana poolen. Die sollten jetzt genug schon gesammelt haben. Dann machen wir so einen Klassing-Table. Also einen kleinen. Der kommt hier so hin. Okay, Mana. Mana pool. Den da. N, dankeschön. Und den Mana Raider. Da machen wir ein Gold-Inget für. Mal so ein paar. Mana, Spreader, Daza. Zack. Huch. Macht er nicht. Ah, wegen den, der es macht. Okay. Ja, nun haben wir es. Ach, der Mana pool ist noch so. Okay, wir brauchen den. Wollen wir den nicht? Wir brauchen den richtigen Mana pool. Mana pool. Den. Den kriegen wir über Mana infusion. Da wird er zum Mana pool. Mal wieder. Das macht er, steht da nicht. Komm, die musst du mal weg. Ähm. Ich setze ihn erstmal mal da hin. Hm. Hier so. Dann haben wir hier diesen Spreader. Oh, er guckt in die falsche Richtung, glaube ich. Ach, was mache ich denn? Dann, zeig mal her, was das Schlau-Buch dazu sagt. Nix, sagt der Schlau-Buch. Zagt er hier zu was? Ach. Hm. Freut mich, ich will das Menü zurück. Lass mich ins Menü. Ach, da stand das so ungewöhnlich. Uiuiuiui. Okay, Mana. Mana pool. Es ist ein Stablish of Mana. Mana können wir hier. Bla, bla, bla. Der Mana-Spreader haut Mana in den Pool rein. Okay, wir haben den Schwächsten. Verstehe. Was ist das Ding? Infusing a normal Mana pool. Infused. Ah, Shift-Click to see Rezept. Und so. Verstehe. Ja, okay. Uiuiui. Ähm. Es geht noch weiter. Sag das doch. Aber klar, man ist die, Ingrid. Ja, ja. Aber. Oh, man kann sogar spinnen. Weh machen. Man, ein few strings. Ah, ja. Okay, aber wie man jetzt hier den Spreader aufbaut, steht er nicht, ne? Mana to 12 von Point A to Point B. Ah, ihr könnt orientieren. Also mit diesem Zauberstab kann ich ihn orientieren. Okay, warte mal, wir holen mal hier den da. Oh. Ja. Ich hab ihn doch nur angeguckt. Okay. Okay. Ähm. Das ist mein Apul ist leer. Oh. Das ist ja witzig. Man kann ihn offenbar krass drehen. Aber. Man sollst da hinkucken. Verdammt. Rede ich wieder richtig. Auf die Bäume zu schießen. Komm. So. Äh. Ich nach oben gucke hin. So. Er schießt da rauf. Geht noch mal weiter. Der Mann hat einen kleinen internen Speicher. Na ja, der fühlt sich bei nahen Blumen. Okay. Wenn wir den Zauberstab drauf gucken, dann zeigt er uns das an. Und wir mussten einmal rechnen, was ich aus Versehen gemacht habe. Wir sehen den Strahl. Blablabla. Blablabla. Das bange. Blablabla. 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 Das ist das Rezept. Mhm. Also. Ja, Sammelkamera. Wir brauchen Blumen. Da ist die plötzlich mal ein paar Blumen. Geht das schon? Komm. Mal schlafen. Unbedingt mal ein zweites Bett bauen. Oder generell mehr Betten. Mal schlafen. Geh. So, wir schon hier sind. Kurz wieder chargen. Und weiter geht's. So, sammelst du Mana. Sammelst du Mana. Unnown Status. Unnown Status. Okay, wenn man so rechts klickt, dann haben sie keinen Unnown Status mehr. Ah, jetzt mach. Jetzt sammelt er offenbar. Okay, cool. Aber er sammelt nicht so viel. Irgendwie aktualisiert sich nur mal rechts klicken. Mal kurz warten. Klick. Aber warum bringt er das da nicht rüber? Ich kann mir so auch da einfach warten. Und jetzt bekommen wir eine Mana Pumpe. Das ist schon mal schön. Und derzeit können wir hier eine Ohrichid. Ohrichid. Aber da, using some Mana again. Oh. Die macht. Oh. Das ist besser als zu sieben. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Und das hier. Vakuum Flower. Ah, das ist was passiert. Da ist was passiert. Da ist mal einer drin. Nice. Weil er sammelt doch recht mager, ne? Vielleicht müssen wir davon mal ein paar mehr hinsetzen. Das könnten wir gleich mal machen. Oder später. Ähm, erstmal. Nein. Hopper Hook. Das ist was wie der Void Hopper aus Green Skies 1. Das wird ziemlich cool. Weil hier Hydro Power. Ah, sie produziert Mana aus Wasser. Aus einem 3x3 Space vor ihm. Nicht schlecht. Okay. Und hier können wir erstmal nicht weitermachen. Aber. Mana soll man müssen. Vielleicht soll ich mal ein paar mehr vor von hinten bauen. Warte nicht. Braucht man mehr Holz. Zack, 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 zack. Pass schon. Und da hin. Bringen die hier was? Ist der hier stärker? Komm, schauen wir mal ein Schlaubuch an. Miner Spreader. Miner Spreader. Type to search. Redstone Miner Spreader. Aha, cool. Achso, der schießt erst ab, wenn dann ein Signal bekommt. Okay. Na gut, das brauchen wir nicht. Hey, es gibt hier wahrscheinlich noch richtig viel Zeug, ne? Naja. Mana Detektor. Ja, ich schätze, wir müssen davon einfach mal ein paar mehr bauen. Bis da jemand voll ist. Oder noch ein Haufen mehr von den Pflanzen. Ah, die. Ja, ich baue jetzt noch ein Haufen mehr von den Pflanzen. Eine haben wir ja noch. Mal die in die Nähe hinsetzen. Hier so, passiert da was? Okay, die kann auch noch. Das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Da kommt noch ein Dirtblock rein. Immer nicht dabei. Natürlich nicht. Ne, verkehrter Dirt. Huch. Die macht er nicht, ne? Ne. Okay. Aber bevor ich mich jetzt noch länger damit erstmal aufhalte, denke ich mal, ich suche mir erstmal was anderes. Das sieht auch so nach einer ausgehenden Quest aus hier, die Dayblooms zu machen und ein paar mehr von denen aufzustellen. Das müssen wir jetzt nicht jetzt machen. Ich glaube, wir wollen aber was interessanteres finden. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg. Weg, weg. So. Haben wir noch Quests offen? Ne, gerade nicht. Müsse geblatt. Taumatogi. Bies in Trees. Können wir mal ein bisschen rumspielen. Sky Farm. Bedrock ein. Verdammt. Vergebaut, gleich den einen erwarten. ja komm das ist das einzige was hier gerade noch so offen ist Wutten Channel, ach das bauen wir mal eben so Wutten Channel war das ja Wutten das ist nicht so Valve, danke Level Irrigation Channel das ist sowas hier, brauchen wir gleich ein paar mehr davon davon haben wir auch keine und zack ein Wutten Channel, dankeschön Wutten Water Tank Läuft und jetzt ein Bedrock was brauchen wir für ein Bedrock ähm den? ne hm wie kriegen wir den Bedrock ok der Tank ist auf jeden Fall ein Multiblock das ist auch schon mal schön er füllt sich von Regen damit kann man dann die Felder gießen ja das ist super aber wie so ein Bedrock wo soll ich mir den Bedrock herbekommen? oh abbauen können wir wahrscheinlich nicht man kann mit craften aber wie macht man denn? also Block of Bedrock kriegen wir hin dann können wir den einschmelzen können wir den auch wieder nur zu einem Block gießen keine Ahnung ok weiter haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir der Link to Sky Block was ist hier noch offen? der Menschen Explorer ja wir müssen in Deep Dark und in Last Millennium das ist ein Zoo der Menschen das machen wir aber nicht jetzt Power Grid was ist hier noch offen? ein Kryo Stabilized Flux Duct Kryo oh und den können wir bauen oder? danke da kommt jetzt einfach hier Kryo rein wieviel? äh äh 500 Millibuckles ich glaub die haben wir sogar noch denn ich musste Kryo herstellen als ich den Jetpack gebaut habe nein lass mich durch uch zu weit zu weit so da ist Kryo 4800 das passt mal meine Winch wieder du kommst weg du kommst weg du kommst weg einmal leer machen bitte einmal leer machen bitte zack das ist ja verdammt teuer und Kryo dauert ewig beim herstellen aber er kann halt unendlich viel transportieren und wir bekommen dafür viel hey dankeschön Fermentation Fermenter mal wieder raus Bronze Gear so ein Ding hier das haben wir wir haben zu wenig Bronze Gears okay aber ist ja kein Problem machen wir doch mal schön ein paar ja das wird leider noch nicht automatisiert es wird irgendwas was man mal zwischendurch auch machen könnte aber der Rest ist automatisiert ich muss es aber erst dahin latschen und den Scheiß da reinschmeißen vielleicht könnte ich das mit dem Tesseract machen naja ich überlege mir was na lass mich hoch lass mich hoch da muss ich mir auch was überlegen oder einfallen lassen und dann warten wir mal kurz bis die Bronze Gears hier rein kommen da ist das erste na was dauert denn da so lange hoch upsala sorry klingt es mir überhaupt doof schauen wir mal was da drin steht mit einem Setzling und Wasser können wir Fuel herstellen für die lustigen Dynamos und Engines und aus Früchtesaft können wir den Output erhöhen ahja ok also stellen wir damit Fuel her man braucht man nicht unbedingt dabei ja den lustigen Reaktor haben aber hey es gibt einen Rewardback und damit ist das hier durch oder? oh gut was ist noch offen haben wir haben wir hm keine Ahnung an w w w w